Hallo, geht's Ihnen gut? Was ist denn passiert? Da war ein Auto. Ich rufe gerade Hilfe. Feuerwehr und Rettungsdienst, Notruf. Wo genau ist der Notfallort? Das ist die Sehnefelder Straße. Okay, Sie befinden sich in einem Gebäude oder auf der Straße? Ja, das ist auf der Straße in Höhe, der Haus Nummer 6. Okay, alles klar. Schildern Sie mir kurz, was dort passiert ist. Hier wurde eine Fußgängerin von einem Pkw angefahren. Okay, das habe ich verstanden. Die Person ist wach und ansprechbar? Ja, die Person ist ansprechbar. Schildern Sie mir kurz die Verletzungen der Person. Sie hat eine Kopfplatzwunde und überall Schmerzen. Alles klar. Ich schicke Ihnen umgehend Hilfe. Sollte sich am Zustand der Person irgendwas akut verschlechtern, dann rufen Sie mich sofort wieder an. In der Zeit überwachen Sie das Bewusstsein und die Atmung der Person. Haben Sie das verstanden, Frau Müller? Vielen Dank, das mache ich. Okay, alles klar. Sie können auflegen, Hilfe ist unterwegs. Am Ende. Cool! Musik Ahhhh Musik 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 Ah 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 Das hat mich hier angefahren Musik Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.